Tja, Idiot. Oh, hallo. Ich glaube, Dors hat als Kind so viele Comics gelesen. Hm, also gut. Das sollte reichen. Okay, Brecher, dann leg los. Du lässt ihn ganz allein. Was soll ich denn machen? Ihn anfeuern? Ich bin jetzt reichen, Frieden. Leute, schlechte Neuigkeiten. Lass mich hören. Versuch. Wie viele? Weißt du noch mein Worst-Case-Szenario? Ja? Ich hab so viele. Okay, da sind sie. Bereit machen. Wo? Im Dorf, wo sind Sachen? Hörte alles vor. Fallen, Sprengsätze, alles. Sie werden durch diese Gänge auf uns zukommen. Die schlechten Gänge. Vielleicht jetzt raus. Sie werden durch diese Gänge auf uns zukommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nicht, wenn du Minen hast, dann setz sie ein. Was für einen Minen? Da sind sie. Sind du? Was ist das denn? Borgen. Ab, na. schon nachgesehen da drüben nachseht nach ob ihr irgendwo einer ist kommt so und sucht sie kommt so eine scheiße okay ich bleibe hier immer die augen aufmachen ich hab keine ahnung wo ich hier im minzen bin ich schon einmal hier oben ein bisschen rum kommt schon, sucht sie habt ihr da schon nachgesehen? seht nach ob hier irgendwo einer ist seht euch um da drüben nachsehen sucht überall vorwarte 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 wo ist denn? ich mach den Platz auf ja egal die Sache ist, ich seh halt so gut wie gar nichts ich seh halt so gut wie gar nichts ich seh halt so gut wie gar nichts aus dem kollega ich seh halt so bescheiden dumm das ist ja wirklich nichts hier hier drüben Wie lange braucht der Brecher noch? Vielleicht piepst er, wenn er fertig ist. Die haben den Strom abgestellt. Da sind noch welche. Wenn du den Verholtesier hast, setz es ein. Ja, ich suche die ganze Zeit da, Alter. So, pass mal auf. Gadgets, Kletterhaken, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eine Gasmaske haben wir am Start, Lasermins, hier viel Sprengsätze, Panzerung, Seilrutsche. Was ist denn hier los, Alter? Ich brauche doch einfach einen. Gibt es keine, oder? Ich habe keine. Nehmen wir halt scheiß Laserminen mit. Sehr viele Sprengsätze halt, das kann man auch machen. Weil, pff. Ja. Los, weiter! Falscher Knopf. Scheiße. Ja, ist gut dabei. Ist gut dabei. Die haben den Strom abgestellt. Da sind doch welche. Ja, ich weiß noch, wie hat er irgendwie... Wenn du nicht doch holst, wie sie ja das wechselst. Nein, der hinter der Fahrradkette. Ja. Ja, das ist ein Wachstum. Hä? Habt ihr das mal nachgesehen? Ja! Wir sollten uns mal umgehen. Zur Stufe an! Wir müssen auswärmen. Wir müssen auswärmen. Der ist hinter sich. Wir müssen auswärmen. 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 Wir gehen zum Seil. Hier dann. Doris wusste, dass wir kommen. Du hast mich nicht erwischt. Ich schätze. Faszinierend, wir haben ja nicht gewusst. Es ist nicht vorbei. Glaub mir das. Weißt du was? Das glaube ich dir. Mehr nicht. Ich bin auf Santa Rosa. Ich weiß genau, wo das ist. Dann komm doch her. Ich warte, Junge. Verdammt! Nick, wir müssen hier raus. Scheiße. Ja, das glaube ich auch. Oma, fäng dich auf, okay? Oma, Kasten kommt runter. Festhalten, ich bin hinter dir. Wo sind sie? Los jetzt. Los jetzt. Los jetzt. Los jetzt. Los jetzt. Was denn jetzt? Waaaaaah! Waaaaaah! Wuhuu! Jaaaaah! Waaaaaaaah! Waaaaaah! Waaah! Waaaaaaah! Waaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aber Hübschweiber wir haben Befehle im Entwurf Peck wo steckst du? wir sind unterwegs Kuma, was hat man jetzt? verhalt euch lieber Schitter Achtung ja nicht hat es funktioniert ich hab auch stark ja überlebt es einfach überlebt es einfach sauf von einem dummen nein Alter Karpel Achtung Achtung in einem dummen ja keine ahnung was auf den draufrotzen soll wir haben BAM 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 Das ist ein Mensch Das ist ein Mensch Kollege Schnürschuh, ich will dich nicht kennen, aber ich kenne dich jetzt! Schissböntchen hier Oh, wo fährst du hin? Wir müssen zu draus Woher weißt du, wo der ist? Er hat's mir gesagt Kann ja auch keine Falle sein! Nein! Auf keinen Fall Okay, Leute Unanwählichkeits-Tag Dann, ähm Feuerwerk Deluxe Bedanke ich mir erstmal soweit fürs Zusehen Haben wir jetzt 20 Minuten länger gemacht Ähm, als ich normalerweise mal aufnehme Vermächtnis, da Davies weiß, dass es für ihn um Leben und Tod geht Aber seine Aufenthaltsort hat da trotzdem preise gegeben Warum bloß? Weil Falle! Du doof! Ähm, das ist die letzte Episode Und das werden wir uns dann noch in aller Four Star, Third Man, White identifizieren Verhaftet und Verdächtige mit Haftwehe Um die Belohnungen zu sichern Habe ich doch gemacht Ähm Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen Wie immer unten in der Infobox Alle nötigen Links und Informationen Ansonsten bedanke ich mich soweit fürs Zusehen Ich bedanke mich grad ziemlich viel Habe ich sehen was auch immer online Tschüss!